Jo Leute, was geht? Und jetzt willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch die momentan beste Solo-RP-Methode zeigen. Ja, mit dieser Methode bekommt ihr ungefähr so jede Minute um die 5000 RP. Das kann jeder von euch nachmachen. Der Glitch lohnt sich aber nur in der aktuellen Eventwoche. Und ja, dann würde ich sagen, dann lass auch schon direkt losstarten. Und zwar geht ihr auf Options, dann auf Online, auf Jobs, auf Job spielen, dann auf Community Jobs und dort müsst ihr dann auch bei Stuntrennen einmal das Go-Kart-Docs-Race starten. Ja, hier im Jobmenü jetzt angekommen, stellt ihr am besten fünf Runden ein, denn ihr müsst jetzt immer einen neuen Weltrekord knacken. Ihr könnt natürlich auch sieben Runden oder sowas einstellen, aber ist natürlich dann hinterher schwieriger, dann immer den Weltrekord zu knacken. Deswegen macht es am besten mit fünf Runden, dann ganz normal das Rennen dann starten. Ist das Rennen jetzt gestartet, werdet ihr unten rechts sehen. Der Weltrekord liegt bei einer Minute 19. Wir fahren jetzt einfach das Rennen, bleiben aber kurz vorm Ziel stehen. So, wir haben jetzt hier Kontrollpunkt 20-25, hier beim Ziel bleiben wir stehen. Weltrekord bei einer Minute 19, das heißt so bei einer Minute 17, bei einer Minute 18 fahre ich dann ins Ziel rein, da ich dann in den Weltrekord knacke. Und wenn wir jetzt in den Weltrekord knacken, bekommen wir so zwischen 4.500 und 5.000 RP. Das gleiche machen wir jetzt einfach nochmal. Einfach wieder die Runde fahren, kurz vorm Ziel dann stehen bleiben, so einfach jetzt hier stehen bleiben und dann ungefähr so bei einer Minute 15, eine Minute 16 dann ins Ziel reinfahren. Ihr seht ja, wieder 4.500 RP bekommen. Und das könnt ihr jetzt die ganze Zeit so durchgehend machen. So, wenn die letzte Runde braucht ihr natürlich nicht mehr zu warten, könnt ihr einfach ganz normal ins Ziel reinfahren. Dann bekommt ihr natürlich dann auch noch die 4.500 RP, weil ihr ins Ziel gefahren seid. Und weil ihr das Rennen beendet habt, nochmal 2.300 oben drauf. Und wenn ich jetzt auf einer Lobby ankomme, werdet ihr sehen, dass ich jetzt auch knapp zwei Level mit den fünf Runden gemacht habe. Und ja, nutzt es auf jeden Fall noch aus, solange es in dieser Eventwoche noch doppelt Geld und RP da drauf gibt. Und ja, das ist wirklich meiner Meinung nach die beste RP-Methode momentan, die es so gibt. Und ja, Leute, das war es auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Ciao!